Ein Blinder malt. Willkommen zum nächsten Bild von mir, eurem blinden Maler Zatoichi. Heute male ich einen Hamburger. Auf geht's. Zack, da liegt er. Nun kommt das Patty. Als nächstes eine Scheibe Käse. Jetzt eine Tomatenscheibe. So, und nun ein Blatt Salat. So, jetzt noch ein paar Sesamkörner. So, das ist mein Hamburger. Folgt mir bei Instagram unter zato.worn. Bis dann!